Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge LS19 PS4 der Felsbrunnen. Bei uns sind wir gerade unser Düngerstreuer fertig. Können wir den zum Abfahren dann nehmen, aber erstmal müssen wir mit dem ganzen Gespann hier zurück. Die Mission Fels8 hatten wir ja gestern auch abgeschlossen, die müssen wir auch zurückholen. Ich weiß nicht, ob wir noch eine andere Mission machen können. Dann müssen wir druckgewaschen werden. Hier bräuchten wir fast noch eine Halle, um alles unterzukriegen. Wir werden von Chancelen厚gespann tradieren. Dann packen wir in www.chancen forum, Boah, dann müssen wir wahrscheinlich reparieren, fehlt schon eine Farbe. Und wird er frisch lackiert. Das stellen wir jetzt hier vorn hin. Dann ist sogar das nix. Das ist das nix. So, wir wollten das jetzt mit den wie sie die einsammeln angefahren und da sind noch drin das reicht nein wir müssen ja noch sind 21 dazu brauchen wir erst mal ein wachstum stufen Bevor wir anfangen, nochmal nach dem Preis, wir sind bei 1334, da hat sich das Warten schon mal gelohnt, 1300 waren es ja, vor einigen Folgen, die wir nicht verkauft haben. Pharoos steigt noch. Achso. Uiuiuiui, das ist ja wirklich. Das ist natürlich. Das ist natürlich. Das ist natürlich. Vielen Dank. 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 Ich soll noch mal den Rapspreis gucken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, da müsste hier einiges zusammenkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die erste Ladung. Ich bin mir auch voll. Und... 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 Der Striegel wird das richtigste Grün haben, wenn der alle Flächen machen muss. Wenn man es nicht schafft, muss man dann halt spritzen oder die zweiten Striegel kaufen. Aber das lohnt dann auch nicht, wenn ich den 1-0. Wir sollten das ganze Gras so gut nehmen. Oder noch einen Striegel mieten. Die Ladewachen kommen nicht so eng rum wie mit dem Mähwerk. Das ist ein Wachstum, der wir jetzt nicht mehr in den Mähwerk haben. Das ist ein Wachstum. Der Siegel ist ein Wachstum. Der Siegel ist ein Wachstum. Die Ladewachen mit dem Mähwerk. Das ist ein Wachstum. Der Siegel ist eine Wachstum. Das ist ein Wachstum. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020